Hugli-Chanchura ist eine Stadt im indischen Bundesstaat West-Bengalen. Sie liegt am Hugli, etwa 40 Kilometer nördlich von Kolkata und ist Sitz der Distriktverwaltung des Distriktes Hugli. Die Einwohnerzahl betrug beim Zensus 2011 rund 180.000. Name der Stadt Hugli-Chanchura wurde 1865 aus den beiden Orten Hugli und Chanschura zu einer Gemeinde vereinigt. Die Schreibweise des Ortsnamens in Late-In-Schrift variiert, was auf verschiedene historisch und phonologisch begründete Transkriptionen zurückzuführen ist. Es existieren unter anderem die Varianten Hugli, Hugli, Yuli, Chinchure, Chanschura und Chinchure sowie mehrere Kombinationen daraus. Geschichte Der Ort Hugli wurde 1579 als eine Handelsniederlassung der Portugiesen gegründet. Bis 1639 blieb es in portugiesischem Besitz. Die Niederländer errichteten 1656 in Chanschura eine Handelsniederlassung, da sie in ihrer bisherigen Hauptniederlassung in Kolkata gegenüber für vorzugswürdig hielten. 1759 wurden britische Soldaten unter Colonel Forde auf ihrem Marsch nach Chandanaga von der Garnison in Chanschura angegriffen. Doch in weniger als einer halben Stunde wurden die Niederländer in die Flucht geschlagen. Während der Napoleonischen Kriege wurde die Siedlung 1795 von den Briten in Besitz genommen. Nach dem Friedensschluss von 1814 erhielten die Niederländer Chanschura zurück. 1825 wurde diese Besitzung im Rahmen der Abtretung der niederländischen Kolonien in Indien durch den König der Niederlande im Austausch für britische Besitzungen auf Sumatra bis zur Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 in die Kolonie Britisch-Indien eingegliedert. Persönlichkeiten Adolf Freiherr von Dankelmann, deutscher Legationsrat und Abenteurer Adolf Freiherr von Dankelmann